Ich bin schon viel davon. Kannst du uns das machen? Zugabe? Wir sollen die Zugabe von Luis? Gilly. Mach nochmal einen. Lass dich spontan einen drauf. Aber ich feg da an der Mutter. Da rein du Strichhahn, dann reinkommst und denkst, What the fuck, der fickt meine Mutter? Ja, ich fick deine Mutter, das hast du gut erkannt. Deshalb wäre du guter Brandkimmer, deine Brüder anstimmte. Ey doch, dein Team fängt danach an zu weinen, denn der kann mir kein Haar krümmen, als für der Weine. Damit schreib im Internet immer ein bisschen schlamm, und wenn ich wünsche, im Klima-Aktor schreib, denn es ist wie im Benz und Rexy Fick ist hier auf meiner Seite. Du bist ein Urensohn wie dieser Fußballspieler, Jonge, meine Supervieler-Spiegel, die Hunden fehlen wie Duperklin, und du schaffst wieder. Kein voll krasse Punchlines gegen mich, da war die Putschland gegen mich, der Digger kam wieder frech. Du warst auf Pornster und auf Superheißen-Player, doch hast alle höchstwahl 6 nach deinem Korrektur von Schularbeiten-Player. Also mach ich nicht auf ganz ab wie Panzerkind, denn als der Vater hier ankam mit Angst in den Blick, holte er durch mich zur Transe mit Schwarzgesprämmen. Die größte Oberweite, fast ran, kamen an Manga-Clips. Du warst am Tix im Standpunkt aus Cannabis, mit sich der Storchentier bei Punkern, der langer steht, du punchst, was dein Sankers nimmt. Frauen halten am Stand, denn dein Schwarznack als Kleinkart, der macht noch Sinn, es ist ja meine Hände, wenn du nicht umschlagen bist, wenn du ohne Hilfe hättest, die Storchentier mit dem Top-Bank-Pitch, ey, und den Blast! Alter, ein riesen Applaus, Mann! Was für ein Killer! Lose, Respect, Mann! Was für ein Rekker, Digger, was ist los bei dir? Wie alt bist du denn? 16! Ist einfach mal 16, irgendeiner aus dem Publikum mit Würzburg der besser rappt als die ganze verfügte Deutsch-Rap-Szene, Alter, außer uns? Was ist da denn los bei euch? Ey, sehr, sehr stabil Bruder, Danke fürs Mitmachen! Nimm deinen Pokal auf jeden Fall mit, vergess den nicht! Bring mal ein Alpum raus, ich kauf's auf jeden Fall! Bring mal ein Alpum raus, ich kauf's auf jeden Fall! Bring mal ein Alpum raus, ich kauf's auf jeden Fall! So ist das, und wir trinken natürlich auch inzwischen auch mal einen Kaffee! Digga, ohne Scheiß! Viel Erfolg noch! Ah, wirklich! Und wir trinken dich mal auf die Frülle! Wir trinken dich mal auf die Frülle!